Mein Name ist Willi Wald, bin seit neun Monaten bei der Chiron Group angestellt als Applikationsprogrammierer im Bereich Medical & Physicians. Als Programmierer bin ich zum einen, wie es der Name schon sagt, mache ich viel vorab am Kamm CNC-Programme. Ich fräse gerne, ich programmiere gerne. Also wenn jemand abwechslungsreiche Arbeit macht, sowohl programmiert als auch selber fräst, ja, selber seine Späne spürt, gibt es eigentlich keinen tolleren Job, weil wir eigentlich von allem ein bisschen was dabei haben, Programmierstrategien, Frästrategien und das macht es eigentlich auch mega spannend, weil es wird einem nie langweilig. Von dem her ist immer irgendwas Neues, was auf uns zukommt. Ich komme aus einem Medizintechnikunternehmen und dachte eigentlich, ich bin da ziemlich versiert, ja, aber es ist dann doch im Maschinenbau nochmal ganz andere Welt. Mega spannend, abwechslungsreich und ja, ich lasse mich total dafür begeistern, richtig cool.